Bevor ich jetzt starte, lasse ich nochmal ganz kurz diese Eröffnungsfolie hier, weil ich noch auf etwas hinweisen will. Ich habe nämlich bis heute Morgen noch ein anderes Bild hier gehabt und dann ist mir aufgefallen, eigentlich müsste ich da nochmal drüber nachdenken, weil da war so ein Code-Schnipsel, aber das war eigentlich gar nicht verknüpft mit Machine Learning oder KI, sondern das war eigentlich was aus dem Web-Development und dann fiel mir auch wieder die Problematik ein, dass man ja oft ganz falsche Bilder im Kopf hat, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, also mit KI, dann denkt man vielleicht irgendwie an einen Roboter oder irgendwas Utopisches und da wollte ich nochmal auf ein Projekt verweisen, das nennt sich Better Images of AI, falls da mal jemand was sucht und da gibt es nämlich ein Pool an Bildern, die entstehen, die ja eigentlich besser passen zu dieser Thematik und da habe ich heute mal eins ausgewählt, das fiel mir nur ein und ich glaube, das ist auch ganz gut und relevant, dass wir da nicht in Klischees verfallen und hier irgendwie Roboterarme was zeigen lassen oder sowas, sondern ja, so vielleicht der Einstieg. So, genau, ich wurde ja schon kurz vorgestellt, vielleicht für die Studierenden hier auch oder die Runde allgemein vielleicht nochmal zum Hintergrund, wo ich herkomme, also was auch meine Ausbildung ist. Ich habe Kulturwissenschaften bzw. Kulturvermittlung in Hildesheim studiert und mein Bachelor tatsächlich sogar Betriebswirtschaft gemacht, also ich bin ja sehr in diesem Managerialen geblieben und interessiere mich aber stark für die Kultur und die Kunst und habe das dann verknüpft in meiner Ausbildung und darf jetzt dieses Projekt leiten, nachdem ich am Ludwig Forum, also an dem Museum, wo ich auch jetzt noch arbeite, das Projekt habe, mein Volontariat gemacht habe, also relativ klassische Ausbildung und dort eine Ausstellung mitbetreuen konnte. Lust der Täuschung hieß die, gab es auch mal in München zu sehen. Da ging es um Illusionen in der Kunst bis hin zur Virtual Reality und das war so ein bisschen der Türöffner, sich mit den neuen, in Anführungsstrichen, Technologien zu beschäftigen und da war es dann auch nicht mehr sehr weit hin zur KI und zum Machine Learning und ja, über diese Themen lehre ich auch immer noch und weiterhin an der Hochschule Düsseldorf, wo ich auch wohne, genau, weil das sind die Themen, die mich interessieren. Also wie wirkt sich diese Technik, also KI und VR auf die Kunst und die musealen Sammlungs- und Ausstellungsbetrieb aus und ich glaube, das ist ja auch ganz passend für diese Runde und wird ja auch noch in den kommenden Terminen sehr schön umschrieben. Aber jetzt erst mal zum Projekt, was ich heute vorstellen wollte, was ja auch Thema des Tages ist, Training the Archive. Das ist ein umfangreiches Projekt, was vier Jahre lang gefördert ist. Also wir sind ja schon fast im letzten Drittel, 2020 haben wir begonnen. Wir sind im Fonds Digital der Kulturstiftung des Bundes gefördert, so nennt sich der. Eigentlich ein sehr interessanter Topf, weil die Kulturstiftung des Bundes gesagt hat, die Kulturinstitutionen sollen bei Entwicklung technischer Natur nicht immer nur reagieren im Nachhinein, sondern sollen aktiv dabei sein und auch an innovativen Lösungen arbeiten dürfen. Und ja, das war so der Ursprung dieser Förderung. Und ja, ich freue mich, dass wir dabei sein können, nämlich mit der Frage, ob es möglich ist, museale Sammlungen und vor allem die Arbeit damit aus kuratorischer Sicht, ob man die unterstützen kann mit Machine Learning, also mit maschinellen Lernmodellen oder Methoden, weil das ist so ein bisschen auch aus meiner Volontariatshistorie entstanden, die Idee. Wir haben selbst am Haus eine relativ kleine Sammlung, dreieinhalbtausend Werke, zeitgenössischer Kunst ab 1960. Und ich habe mich am Ende des Volontariats mich gefragt, okay, ich hatte jetzt gar nicht so viel Zeit, mich mit der Sammlung zu beschäftigen, leider. Und habe dann aber auch festgestellt, dass wenn ich mit KuratorInnen gesprochen habe, wir eigentlich immer sehr über die Highlights der Sammlung gesprochen haben. Also auf keinen Fall 3.500 Werke besprochen haben. Und ich habe mir dann überlegt, wie ist das denn, wenn man so eine Ausstellung plant? Denkt dann der Kurator, die Kuratorin immer alle Werke mit, die es ja eigentlich in der Sammlung gibt? Man hat die Person, die überhaupt auch tatsächlich alle mal gesehen, das kann ja auch durchaus sein. Und wie ist es denn dann, wenn man in einem anderen Haus arbeitet, von mir aus Metropolitan Museum in New York, wo es dann irgendwie 80.000 Werke sind. Und diese Kluft zwischen, ich kann mir als Mensch bestimmte Anzahl an Dingen vielleicht merken oder ich falle dann doch immer wieder auf das zurück, was ich schon kenne. Und da gibt es eigentlich noch viel mehr. Und da könnte die Technologie helfen, Neues zu vermitteln und neue Zugänge zu schaffen. Das ist so der Ursprung des Projekts und der Projektidee. Genau. Wir sind in einem Verbund, also es sind mehrere Beteiligte. Da werde ich ja auch dann zum Ende hin nochmal eingehen, wenn wir vielleicht über Interdisziplinarität sprechen. Aber jetzt vorab schon mal. Wir arbeiten zusammen mit einem Kunstverein, dem HMKV, dem Hardware Medienkunstverein in Dortmund. Das ist ganz spannend. Die haben selbst keine eigene Sammlung, aber beschäftigen sich sehr intensiv mit Technologie beziehungsweise auch dem künstlerischen Zugang zu solcher Technologie und aber auch, wie wirkt sich das gesellschaftlich vielleicht aus? Also was kann man kritisieren? Wo muss man vielleicht auch informieren? Und das ist ein spannender Partner, um sich so auszutauschen. Und da werde ich unterstützt von Francis Hunger, der Medienteoretiker und Medienkünstler selbst ist. Und wir spielen uns da so die Bälle zu und überprüfen unsere Schritte auch immer wissenschaftlich. Das ist sehr wichtig, erzähle ich gleich noch mehr dazu. Aber in der Programmierung werde ich unterstützt von der Technischen Hochschule, der RWTH heißt die, in Aachen. Und dort implizit das Visual Computing Institut. Also ein Lehrstuhl, der sich damit beschäftigt, wie kann man Daten visualisieren, wie kann man große Datenmengen zugänglich machen. Vor allem auch, wie kann man da komprimieren, sodass ja diese riesigen Informationsmengen auch auf normalen Endgeräten, sage ich mal, laufen. Also wie kriegt man da so eine Pipeline hin, so ein Netzwerk, was dann auch auf jedem Rechner funktioniert beispielsweise. Also auf jeden Fall gute Partner an der Seite. Und ja, wir haben verschiedene Outputs im Projekt, worüber ich heute auch ein bisschen erzählen will. Wir haben Prototypen, also wir arbeiten an einer Software-Umsetzung. Da möchte ich heute ja auch die Schritte so ein bisschen erläutern, was wir da bisher in Erfahrung gebracht haben und wie wir vorgegangen sind. Und wir schreiben darüber Texte, also Working Papers, Forschungstexte, um direkt zu überprüfen, was wir machen. Also nicht erst am Ende einmal dann gebündelt sagen, hier, das haben wir in vier Jahren erarbeitet und ja, das war's. Sondern jeder Schritt wird eigentlich schon überprüft und diskutiert und auch dem Diskurs gesamtheitlich zur Verfügung gestellt, weil wir ja überzeugt sind, dass wir vielleicht Schritte machen, die andere nicht dann auch nochmal machen müssen oder unsere Erkenntnisse vielleicht hilfreich sind für andere Institutionen, die davon profitieren könnten. Und Fragestellungen, die vielleicht gesamtgesellschaftlich Relevanz haben, können wir zumindest aus unserer Sicht auch beleuchten und unseren Beitrag leisten, dass da beispielsweise Transparenzen geschaffen werden. Das ist ganz wichtig, denke ich. Und wir planen dieses Jahr auch eine Konferenz. Ich sitze hier gerade im Zimmer, wo bis vorgestern oder so gestern hier auch noch etwas stattgefunden hat, eine Konferenz und eine Ausstellung zu sehen war. Wir haben dann auch einen im November in Aachen, sind Sie natürlich alle ganz herzlich eingeladen und haben einen Blog, da teile ich auch gleich die Adresse und da findet man alles dann quasi als Archiv. Da kommt alles zusammen und man kann die Paper lesen und wir haben Interviews, die wir geführt haben mit Expertinnen aus dem Feld. Da kann ich gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen. Und ja, dort findet man alles, was wir entwickeln. Und auch die Softwarelösung wird am Ende Open Source zur Verfügung stehen in einem Repository und da finden wir natürlich, oder wird man auch dort den Link entsprechend finden. Genau. Dann planen wir noch eine Präsentation im Haus, also eine zugängliche Bemachung vom Museum selbst. So eine Art Labor, wo man sich auch nochmal belesen kann. Und ja, zum Ende des Jahres, also nächstes Jahr, zum Ende des Projektes, sollte es nochmal eine abschließende Publikation geben. Genau, hier ist der Link, beziehungsweise der Blog trainingthearchive.rutviforum.de Vielleicht kann ja parallel in den Chat gepostet werden, das wäre super. Und da findet man, wie gesagt, diese Paper, aber auch die YouTube-Interviews, die wir geführt haben, kurze Gespräche mit Expertinnen aus dem Feld. Jetzt kann man vier sehen, es wären zehn. Zum Beispiel hier sieht man Adam Harvey, ein Medienkünstler aus Dresden oder wohnt jetzt in Dresden, der sich zum Beispiel sehr kritisch mit der Gesichtserkennung auseinandersetzt, beispielsweise und darüber erläutert, wie das vielleicht eingesetzt wird von verschiedenen Regierungssystemen auch und entwickelt Strategien, wie man dagegen vorgehen kann und mahnt das ein Stück weit an. Und wir haben auch Beiträge über Datenkolonialismus, also was sind diese großen Player, die unsere Daten im Social Web abgreifen, was wird damit gemacht, wo landet das eigentlich und was bedeutet das für uns und unseren eigentlich alltäglichen Umgang. Oder verschiedenstes anderes zum Beispiel, wie entsteht auch so eine neue Industrie, also Clickworker, Shadowworker, die eigentlich für uns zu Minimallohn gewisse Trainingssets aufbauen oder Annotationen, also Verschlagwortungen für uns durchführen oder sagen, da ist eine Katze, da ist ein Hund drauf, damit solche Systeme lernen können. So interessante Themen findet man dort, genau. Also wie gesagt, auch die Paper dort zu finden. Okay, dann steige ich mal ein, was wir für Schritte gemacht haben, hin zu dem, was dann am Ende zumindest die Vision ist oder das Ziel. Wenn man in dieses ganze Thema Machine Learning und wie kann man Bilddaten, beispielsweise einer musealen Sammlung, bearbeiten oder bearbeitbar machen, wenn man sich dem nähert und ja, beginnt sich die Modelle anzuschauen, dann trifft man relativ schnell auf ein Verfahren, das sich Clustering nennt. Also man kann so einem trainierten Netz, also so einer Machine Learning Modell, eine gewisse Anzahl an Bildern geben oder eine gewisse Menge, ein Archiv an Bilddaten, zum Beispiel eine museale Sammlung und lässt die Maschine draufklicken, in Anführungsstrichen. und die erkennt dann gewisse Muster oder Objekte in den Bildern und kann das dann entsprechend sortieren, je nachdem, was sich darauf befindet oder wie die Bilder aufgebaut sind. Das war so der erste Schritt, war auch prinzipiell die Ursprungsidee. Bevor ich wusste, was eigentlich alles möglich ist, dachte ich, okay, man gibt eine Sammlung dem Algorithmus, der durchsucht die, sortiert die nach der Logik der Maschine, die jetzt nicht zwingend dem Menschlichen entsprechen muss und dadurch lerne ich vielleicht Neues, weil dann kommen Bilder zusammen, die ich so nicht erwartet habe oder die ich vielleicht nicht kannte und solche Verknüpfungen können mir vielleicht helfen, neues Wissen zu generieren. Das war so oder ist per se die Ursprungsidee. Und das haben wir dann mal ausprobiert. Man sieht jetzt hier im Bild, dass wir einen Datensatz verwenden, derzeit noch von einem Museum in Kopenhagen, nämlich der Dänischen Nationalgalerie. Das liegt daran, dass unser Projekt, beziehungsweise unsere Sammlung in einem Parallelprojekt gerade noch digitalisiert wird. Also ich werde das zum Ende meines Projektes auf die Daten zugreifen können und ein Use Case Ludwig Forum am Ende durchspielen. Aber wir wollten natürlich jetzt nicht warten, bis das abgeschlossen ist, sondern können natürlich auf andere offene Daten setzen, die es tatsächlich im Netz gibt, die man auch einfach abgreifen kann, weil sie veröffentlicht sind, diese benutzen und schon mal erproben, wie prinzipiell die Funktionalitäten sind, ganz unabhängig, was man jetzt per se reinsteckt. Und ich habe aber diesen Datensatz ausgewählt, der ist relativ groß, 43.000 Kunstwerke und vor allem auch geht der durch ziemlich viele Kunstgattungen, also nicht nur alte, ja, altmeisterliche Gemälde, wie man es kennt, wo vielleicht auch Copyrights schon abgelaufen sind, sondern auch tatsächlich zeitgenössische Medien und Skulpturen und ja, Fotografien und das kommt schon unserer Sammlung mehr. Und deswegen habe ich das ausgewählt. Und was man jetzt hier sieht, ist, dass dann so Sortierungen passieren können, die kann man sich dann darstellen lassen in so einem Raster oder so einem Streudiagramm, nenne ich das. Und man sieht, dass dann Dinge, die sehr unserer heutigen Sehweise entsprechen, also was man so im Internet findet, das wird auch sehr gut sortiert, weil diese Netze natürlich auf solchen Bildern trainiert sind. Also alles, was man im Social Web findet, also auf Flickr oder sonst wo, diese Daten wurden ja auch für solches Training verwendet, weil die halt zugänglich sind. Und deswegen kommen dann hier so Büsten gut zusammen, weil das ja schon fast so ein Porträt-Modus ist, Selfie, sag ich jetzt mal. Das kennt so ein System natürlich, weil da haben wir enorme Massen an Material, womit trainiert werden kann. Oder so, ja, sehr naturalistisch gezeichnete Pflanzen. Das sind halt Dinge, die quasi greifbar sind, die man in der Welt findet. Das kann das Netz dann auch gut verarbeiten. Wenn es dann aber um abstraktere Dinge geht, abstrakte Kunst oder so, da kam dann viel Chaos auch einfach zusammen. Und das war so ein bisschen der Punkt, dass ich dachte, okay, vielleicht ist das doch noch nicht die endgültige Lösung und vielleicht sind wir gerade erst am Anfang und noch gar nicht am Ende. Nichtsdestotrotz war es wichtig, die Grundprinzipien zu verstehen. Und neben so einem Clustering kann man nämlich auch, und das war auch wichtig zu verstehen, so Zugehörigkeiten sich zusammenstellen lassen durch so ein Machine Learning Modell. Das heißt, man fängt an, diesen riesigen Datensatz mit verschiedensten Bildern räumlich zu verorten, nämlich in so einem riesigen Koordinatensystem. Also wir kennen uns ja aus der Schule vielleicht zwei oder drei Koordinaten, aber da Achsen. Aber da gibt es dann Tausende und das bedeutet, das kann man sich auch als Mensch gar nicht mehr vorstellen, aber es gibt ganz viele Merkmale, durch die ein Bild kategorisiert wird. Oder über die ein Bild kategorisiert wird und zugeordnet wird und räumlich verortet. Das bedeutet, dass, wenn ein Bild, weiß ich nicht, schwarz-weiß ist, dann ist es in Ecke links, sage ich jetzt mal. Und bunt ist dann von mir aus rechts. Und alle, die schwarz-weiß sind, rücken dann mehr in diese linke Ecke, weil da befindet sich ja dieses Merkmal. Und was bunt ist, was dann, sage ich jetzt mal, gegenteilig wäre zu schwarz-weiß, ist dann weit weg. Und tatsächlich kann man dann solche, Orte, Verortungen auch berechnen mathematisch. Das ist ja oft mal, oder das ist ja sehr viel, oder ausschließlich am Ende eine mathematische Gleichung, die da zugrunde liegt. Und so kann man wie eine Linie ziehen auf eine Platt Papier und kann sagen, okay, da sind 10 Zentimeter dazwischen und das bedeutet, die sind tatsächlich nicht sonderlich ähnlich, weil wenn ein Zentimeter nur dazwischen ist, dann ist das Bild vermutlich sehr nah an dem dran, von wo ich ausgegangen bin. Und so kann man sogenannte Nearest Neighbors, Nachbarschaften, sich ausgeben lassen. Und das ist ganz hilfreich, kennen wir natürlich auch schon aus unserem alltäglichen Gebrauch, aber trotzdem ein wichtiges Prinzip, dass man sagen kann, okay, ich suche ein spezifisches Bild und zeige mir doch alles an, was dem wohl sehr nahe kommt oder sehr ähnlich ist. Und diese Logik haben wir natürlich nicht erfunden, aber war wichtig zu verstehen, dass wir das ausnutzen können. Und dieses Prinzip nehmen wir dann mit in unseren neuen Prototypen, erkläre ich gleich noch. Genau, hier ist mal so ein Beispiel von einem Künstler, Mario Klingemann. Einfach nur mal, um zu gucken, wo könnte die Reise hingehen. Ich hoffe, das lief jetzt so halbwegs durch. Da kann man nämlich diese Verortung so ein bisschen greifbarer machen. Also er sagt zum Beispiel, ich nehme zwei Punkte in dieser Sammlung. Einmal diese Skulptur wie so eine Art Engel und dieses Glas, so eine Illustration oder Zeichnung und sage, okay, die liegen halt an verschiedenen Orten in diesem hochdimensionalen Raum, so nenne ich das, dieses riesige Koordinatensystem und zieht da jetzt eine Linie und läuft da einfach mal sinnbildlich einen Pfad ab. Und ich komme halt beginne bei dieser Statue oder Skulptur und laufe langsam Richtung dieser Zeichnung und sehe dann, okay, wir entfernen uns rein visuell immer mehr von diesem Skulpturalen und kommen hin zu diesem, dieser Zeichnung. Und das ist ganz interessant, weil dann kann man vermeintlich so eine Art Geschichte erzählen durch eine Sammlung, die jetzt nicht per se begründet ist durch Hintergrundwissen, also kein kunsthistorischer Zusammenhang, sondern rein visuell. Okay, was findet das Netz für Bilder auf diesem Weg und ja, wie sind die Zugehörigkeiten zueinander? Das fand ich ganz spannend. Haben wir auch mal ausprobiert, einfach nur um zu verstehen, wie das geht und finde jetzt im Nachhinein ist eigentlich ganz spannend, dass das jetzt schon wieder so eine Art Logik impliziert. nur weil ich jetzt quasi gesagt habe, okay, stelle mir die Bilder, die du auf diesem Weg findest, in einer Form wie so ein Schlauch da und zeige mir die einzelnen Schritte mit einem Pfeil. Denkt man jetzt, das ist so eine Art Zeitlauf oder so und das ist auch wichtig, dass man quasi wählt, je nach Druck, also je nach Visualisierung ändert sich auch die Logik oder der Sinn so ein bisschen für die Menschen, weil wir so gewisse Sachen auch gewohnt sind. Das ist auch dann wichtig, dass man nicht in die Irre geführt wird, aber es kann auch helfen, hier vielleicht für eine Vermittlung oder so Geschichten einfach zu erzählen und ja, so ein Storytelling aufzubauen. Eigentlich auch ganz spannend. Genau, da wollten wir aber nicht hin und auch nicht enden, sondern mir wurde dann bewusst, es reicht nicht ausschließlich jetzt der Maschine einfach einen Datenpool an Bildern zu geben und die mal machen zu lassen und dann habe ich eine Ausstellung, sondern eigentlich fehlt dann doch sehr das Hintergrundwissen der ExpertInnen und zwar stößt man dann auf die sogenannte semantische Lücke. Das bedeutet, dass diese Modelle können zwar Bilder jetzt sortieren, von mir aus alle Bilder zusammenbringen, wo ein Leuchtturm drauf ist oder so, aber das versteht ja überhaupt nicht, was ein Leuchtturm ist oder was das vielleicht für eine Bedeutung hat, dass man da vielleicht als Mensch dann Sehnsucht bekommt nach Urlaub oder vielleicht das steht so als der Anker im Meer oder sonst was, also oder so ein Hafengefühl, dass man da geleitet wird oder sowas. Das ist ja so ein Kontext und so eine Interpretation, die kann das Netz per se nicht verarbeiten, nur weil es erkannt hat, da ist etwas drauf aufgrund von Kontrasten oder Farbigkeiten oder so. Das ist so ein ziemliches Problem, was auch noch nicht gelöst ist. Also wie kriegt man das eigentlich hin, dass das Netz jetzt auch verstehen könnte, was bedeutet das, was da drauf ist? Und da brauchst du dann doch die Menschen wieder mit im System, also eher eine kollaborative Situation, wo ich jetzt versuche, Wege zu finden, dieses maschinelle Lernen, was uns ja hilft, riesige Datenmengen erstmal zu strukturieren. Wie kriegt man es jetzt aber hin, dass so ein Hintergrundwissen und so eine Interpretation von ExpertInnen wie KuratorInnen mit reinkommen können, also mit Sinn füllen, diese Sortierung. Und daran arbeiten wir auch weiterhin. Das habe ich die Curators Machine getauft, einfach um so eine Art Klammer zu haben, um unsere Konzepte und Prototypen, Schritte. Und das habe ich, also der Begriff ist abgeleitet von einer Arbeit, die Artists Machine, ein Kunstwerk von dem Künstler Tillmann Ohm. Das war nämlich seine Abschlussarbeit und das fand ich ganz spannend. An der Bauhaus-Universität hat er die veröffentlicht, beziehungsweise abgelegt, damit seinen Masterabschluss gemacht. Er hat nämlich sich ein Buch quasi selbst schreiben lassen, hat vorab natürlich da ein Netz aufgebaut und Algorithmen geschrieben, die gewisse Schritte durchlaufen sollen. Und das Netz, was er entworfen hat, hat dann einen Input bekommen von ihm, jetzt beispielsweise die Forschungsfrage, es soll über sich selbst schreiben, also die Geschichte der Künstlichen Intelligenz quasi verfassen. Und dann hat das Netz sich aus verschiedensten Quellen im Internet ja einen Sinn versucht zu ermitteln, also Sinn im Sinne von Pattern, also Strukturen zu finden, die irgendwie immer wieder kommen, Worte, die immer genannt werden in diesem Themenzusammenhang und auch Bilder, die da gut passen. Und am Ende hat es sich selbst gelayoutet und er muss es nur noch drucken lassen und konnte es quasi abgeben. Und das fand ich ganz spannend, diese Idee, der Mensch oder der Künstler jetzt in dem Sinne nimmt das als Hilfsmittel, als Tool, lässt da was entstehen und kann das dann bewerten oder weiterverarbeiten. Und diese Kollaboration, also diese Interaktion finde ich spannend. Und ja, in der Creators-Maschine geht es jetzt darum zu überlegen, was kann man da vielleicht für Kurat also für kuratorische Recherchen beziehungsweise für das kuratorische Ableiten, wie kriegt man da so eine Verknüpfung hin und so einen Austausch zwischen Kurator und Maschine. Das hat natürlich dann auch etliche medienteoretische Implikationen, die ich jetzt hier nur anreißen will, die ich aber natürlich auch als Fundament aufbaue oder aufgebaut habe. Ich will nur auf einen Text verweisen sehen oder ein Buch, was ich sehr gut finde, von Joanna Selinska. Kann man auch unter dem Link, ich weiß gar nicht, ob die aktiv sind, ich hoffe, kostenfrei downloaden. Und da beschreibt sie auch, und das finde ich ganz spannend, mit Rückgriff auf Flusser, wer sich da auskennt. Es ging da ja viel auch um die Fotografie und ich habe das Gefühl, wir sind da so in einem ähnlichen Wasser, wo die Fotografie aufgetauscht war. Hieß es auch, das kann keine Kunst sein, da ist noch ein Apparat dazwischen, das kann man nicht kontrollieren. Da hat der Mensch quasi das Programm nicht unter Kontrolle, sondern da passieren Dinge, die können wir nicht nachvollziehen. Und so ähnlich sind wir ja oder vielleicht sogar gleich aktuell mit von mir aus KI-Kunst, wo da Algorithmen quasi dazwischen geschaltet sind, eine Blackbox, die man nicht komplett durchschauen kann, wo man nicht genau weiß, warum kommen da jetzt gewisse Sachen zustande, aber trotzdem benutzen das KünstlerInnen als Werkzeug und erzeugen etwas Neues. Und das finde ich spannend, dass man halt davon ausgeht, dass so eine Verschränkung, also dass wir diese Technologien nutzen, sei es halt bewusst, indem ich da wirklich was schreibe, ein Programm aufsetze oder unbewusst, dass ich mich halt von gewissen Google-Suchen oder was auch immer, Dinge, die mir angezeigt werden, auf Instagram oder so halt quasi beeinflussen lasse, obwohl ich das vielleicht nicht will, aber ich habe schon meine Tendenzen oder meine, ja, was ich so bisher gesucht habe, da wird mir schon nur noch Dinge angezeigt, das kennen wir ja alles, Filterbubble etc., dass das quasi, ja, dieses Zusammenwirken einfach mit uns verwoben ist und auch neue Möglichkeiten bietet und wir da jetzt nicht als Mensch behaupten könnten, wir wären da jetzt so kolonial gesehen der Herrscher und der Besitzer, sondern es soll so ein organisches Miteinander sein. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, darüber nachzudenken, wie kann sowas aussehen und ja, inwieweit sollte man das zulassen oder wo sind da auch Grenzen und wie kann man es aber auch produktiv nutzen? Genau. Und das sind so Ideen, die jetzt dazu führen, dass wir überlegen und Schritte versuchen zu erreichen, wo wir testen, wie kann man denn jetzt den Menschen oder den Kurator, die Kuratorin mit ins System holen, also den Human in the Loop, wie es so schön heißt, mit hineinholen und da haben wir verschiedene Experimente durchgeführt, die uns langsam schrittweise dahin bringen, was ich so vor Augen habe und wo vielleicht das Projekt jetzt zu diesem Stand hingeht, wo ich gleich auch ein bisschen zeige, wo wir da aktuell sind. Und der erste Schritt war zu überlegen, diese Cluster, also diese Sortierung, was ich am Anfang gezeigt hatte, kann man das eigentlich auch verändern, indem ich beispielsweise als Mensch einfach mehr weiß über etwas, also zum Beispiel Hintergrundinformationen kenne oder eine Interpretation hinzufüge, kann ich dann diese automatisierten Sortierungen eigentlich auch aufbrechen, indem ich dem Netz halt neues Wissen oder implizites Wissen beibringe. Und das haben wir mal getestet und da sieht man jetzt hier so einen Ausschnitt aus diesem Testaufbau. Das sind auch diese dänischen Werke aus dieser Galeriesammlung. Und ich habe einfach in diesem Test mal neun Bilder ganz random per Zufall gezeigt bekommen. Und wenn ich mich jetzt sehr gut auskenne, diese Sammlung, dann konnte ich jetzt bewerten, was gut zusammengehört. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, weil ich bin Sammlungsleiter oder Kurator an dem Haus, weiß ich beispielsweise sieben, also hier dieses Buch oder diese Buchseite ist von mir aus ein Text oder eine Vorstudie zu drei dieser Skulptur. Das ist nur mal angenommen als Beispiel. Das sieht für das Netz ja überhaupt nicht gleich aus. Deswegen würde ich das jetzt auch überhaupt nicht zusammen sortieren, weil es ja gar keinen Sinn ergibt. Diese Buchseite macht ja nichts, also sieht nicht, ist kein Porträt. Aber als Mensch, also das ist ja auch die Problematik, dass das Netz jetzt nicht versteht, was da draufsteht oder so per se und das interpretiert, sondern ich als Mensch weiß das vielleicht, weil ich mich damit beschäftige und könnte jetzt sagen, okay, eigentlich gehört das schon zusammen. und mache da jetzt nur eine Verknüpfung und wenn ich das ganz oft mache, in meinem Test habe ich das 3000 Mal gemacht. Ich habe zum Beispiel immer so testweise eine Skulptur oder etwas sehr Konkretes mit etwas Abstraktem verknüpft, weil das für mich so der visuell größte Unterschied war, einfach um zu schauen, passiert da jetzt was? Und so war es dann auch. Also man konnte diese Information, dass beispielsweise eine abstrakte Malerei, gehört irgendwie zu einer Skulptur, ist für das Netz erstmal nicht nachvollziehbar, aber für mich vielleicht als Mensch schon, weil ich weiß, das hat einen Zusammenhang aus der Kunstgeschichte oder sonst woher. Und wenn man das ganz oft macht, dann lernt das Netz daraus und versteht, ah, okay, da gibt es wohl einen Zusammenhang. Das sollte ich beachten bei meiner Sortierung. Und so konnte ich dann sehen, dass diese Cluster, diese Sortierungen sich verändert haben, nämlich dass dann, wenn ich ein Cluster hatte zu so einem abstrakten Kunstwerken, dann tauchte auf einmal so Skulpturen mit auf, so wie ich es halt auch quasi beigebracht habe. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment. Also ist natürlich total aufwendig und auch jetzt nicht perfekt, dieser Versuchsaufbau, gar keine Frage. Aber es war so die Idee oder der Aha-Effekt, okay, man kann durchaus Hintergrundinformationen, die das Netz jetzt nicht haben kann, hinzufügen und verändert dadurch so ein Stück weit oder passt diese Logiken und diese Modelle meinen Anforderungen an. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, zumindest für uns jetzt aktuell. Als nächste Idee haben wir dann überlegt, gut, jetzt wo wir wissen, dass man so eine Auswahl mit betrachten kann beziehungsweise, dass ja jemand, der sich gut auskennt mit der Sammlung, wenn der da oder die spezifische Dinge bewertet, dann kann ich diese Information mit einfließen lassen. Und wir sind dann schon dazu gekommen, dass wir vielleicht so eine Art Vorschlagssystem entwickeln wollen, also dass man etwas sucht oder man möchte etwas entwickeln, eine Ausstellung, verschiedene Themen interessieren einen, man möchte dazu recherchieren, dann beginnt man mit einem Werk oder einem Wort, das sehen wir auch später noch. Und ich kriege dann Vorschläge, was da gut passen würde, aufgrund von diesem Nearest Neighbor, das haben wir ja schon kennengelernt. Und hier konnte man in diesem Versuchsaufbau jetzt quasi anfangen, hat zum Beispiel mit so einem Teller aus Japan hier angefangen und hat dann entsprechend Vorschläge bekommen, was jetzt gut dazu passen könnte. Und dann konnte man das bewerten und konnte sagen, ja, das ist gut oder eben nicht, kann ich gerade gebrauchen oder brauche ich eigentlich nicht und ist damit so eine Art Fahrt durch diesen, durch dieses riesige Koordinatensystem gegangen, so wie das ja auch Mario Klingemann mal gemacht hat. Und das Netz hat jetzt immer versucht, vorherzusagen, was wohl mein nächster Schritt ist, aufgrund von dem, was ich bisher so gesagt habe, das passt ganz gut zu meiner Auswahl oder da, das war jetzt spannend für mich, weil ich irgendwie eine Ausstellung vorbereite. und ja, dann ist das so, wie man das vielleicht kennt von Netflix oder so, dass man ja eine gewisse Präferenz schon an den Tag legt und kriegt da jetzt ähnliche Vorschläge, die da gut zu passen könnten. Und die Problematik war aber und ist, dass wir hier angenommen haben, dass eine Ausstellung, wenn die so aufgebaut wird, so sehr linear funktioniert. Also, dass man fast sagt, okay, entweder man geht wirklich von Zeitpunkt A zu Zeitpunkt Z sehr wie in einer Schnur oder ich habe wirklich ein Interesse, wenn ich einen Teller zeige, weil der jetzt irgendwie relevant ist, dann noch drei Teller zu zeigen, aber das ist so wahrscheinlich eher ein Trugschluss, dass KuratorInnen jetzt nicht so zwingend arbeiten, weil sie ja nicht alle, also kann man auch mal sein, aber im Großteil vielleicht nicht alle Teller der Sammlung zeigen wollen. Außer, das passt halt, aber na gut. Und ja, wie kriegt man jetzt eigentlich oder was eher anzunehmen ist, dass es dann so Brüche gibt und dass mal was Neues oder was Überraschendes kommen oder was Neues oder ja, dass man nicht die ganze Zeit dann ein Thema so abarbeiten möchte. Das brachte uns dann dazu, nochmal darüber nachzudenken, ob das der richtige Weg ist. Und das brachte mich dazu, nochmal so einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, okay, was ist eigentlich kuratieren? Große Frage. Es gibt ja auch Studiengänge etc. dazu und es ist ja auch eine Profession, also durchaus relevant, nochmal nachzuhaken, wie man sich das vorstellen muss. Und da habe ich empirisch strukturierte Interviews geführt mit den KuratorInnen, die ihr jetzt hier seht. einfach mal gefragt, wie kuratiert ihr, also wie macht ihr so eine Werkauswahl? Wie kommt ihr von so einem großen Pool an Möglichkeiten hin dann zu dem Werk, was in der Ausstellung hängt? Und wie muss ich mir das so rein praktisch vorstellen? Also sitzt man da am Tisch und schreibt sich da was auf ein Blatt Papier oder wie muss ich, also wie soll ich mir das vorstellen? Das war ganz hilfreich. Wird auch noch veröffentlicht im Sommer, die Ergebnisse in einem Working Paper. Aber es war total hilfreich, einfach nochmal zu verstehen, was könnte vielleicht interessant sein für KuratorInnen. Wie könnten so Tools aussehen, die so eine Werkauswahl oder so einen Prozess des Auswählens unterstützen könnten? Und als Feedback beziehungsweise als Zwischenergebnis sind diese Dinge hier aufgetaucht, nämlich ein sogenannter multimodaler Kontext ist gewünscht und nötig. Das bedeutet, allein visuell reicht nicht. Wir brauchen so eine Mischung aus Text, also Sprache und visuellen Merkmalen, also multimodal. Und zwar bedeutet das, dass wir jetzt nicht nur rein die Sortierung machen sollten über Bilder, also dass wir wirklich nur Objekte erkennen und die zusammenbringen. Das kann nett sein, aber wir wollten ja eigentlich dahin, dass man auch so einen gewissen Kontext anspricht. Also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel mit dem Leuchtturm bleiben, dass dann vielleicht dann doch noch mehr kommt als nur nochmal ein Bild mit einem Leuchtturm, sondern dass dann eher auch so Konzepte wie so ein Hafen, Sehnsucht, was weiß ich, mit angesprochen werden oder als Beispiel sage ich immer gern, wenn ich nach einer Rose suchen würde, dann will ich nicht alle Blumen in der Sammlung haben, nicht nur, sondern vielleicht auch etwas, wo ein Herz drauf ist, weil Rose ist so ein Zeichen für Liebe und das Herz ist so die Metapher dafür und dann möchte ich in diesen Kontext irgendwie reinkommen. Und das ist gar nicht so simpel, weil man jetzt zwei Welten zusammenbringt, also einmal diese Computer Vision und die Erkennung, was ist da überhaupt drauf, das ist ja schon eine Leistung, aber jetzt kommt noch Sprache hinzu und dann wird es ganz komplex, nämlich sind wir da in der Disziplin des sogenannten Natural Language Processing und solche Systeme nennen sich Vision Language Retrieval Systems, wo wir jetzt hinwollen oder woran wir dran arbeiten, also das bedeutet, dass dieses Koordinatensystem, wo die Bilder drin liegen mit ihrer visuellen, mit ihren visuellen Merkmalen kommt jetzt da drauf auch noch Text, also quasi eine Art Verknüpfung aus beschreibenden, sprachlichen Merkmalen und den Bildern und das zu verknüpfen ist jetzt die Herausforderung, sodass man quasi sagen kann, okay, um ein Bild, mit dem Bildinhalt, was rein visuell drauf ist, webt sich auch ein Netz aus Sprache und man kann quasi dadurch auch ja die, die, die Interpretation in Sprache und Semantik drumherum abfassen und das ist super spannend, aber auch eine Herausforderung und es gibt einen Algorithmus, das zeige ich gleich, der ist tatsächlich veröffentlicht, der das kann, der nennt sich Clip oder das System oder die Architektur wurde veröffentlicht von dem von dem Labor oder dem, ja, Institut von Elon Musk, nämlich Open AI, ein Forschungsinstitut, die, ja, wahrscheinlich, man weiß es leider nicht genau, weil das Datenset ist intransparent, aber man geht davon aus, dass sie tatsächlich zu einem Stand X einmal das gesamte Internet zugänglich hatten, weil sie natürlich auch die entsprechende Power haben und konnten da einmal komplett drauf trainieren und zwar haben die trainiert und das ist ziemlich smart, Bilder und deren Bildunterschriften, also quasi, was ist auf dem Bild rein, visuell und was ist explizit beschrieben, sprachlich ist da drauf, sodass das Netz oder dieses Modell jetzt so ein Verständnis bekommt in beide Richtungen, also beide Welten werden miteinander verbunden, also man kann da auch hin und her springen, man kann beispielsweise Bild reinkriegen und bekommt dann eine Beschreibung textlich zurück oder man beschreibt einen Text oder man gibt einen Prompt ein, wie es so schön heißt, eine Zeile, die man sucht und bekommt dann ein passendes Bild dazu und das bedeutet nicht, dass man, wie man das vielleicht bisher kennt, in einer Datenbank genau den Begriff treffen muss, um auf das Bild zu kommen oder so, weil da irgendwie jemand mal drüber geschrieben hat, das ist das, sondern man kann irgendetwas eingeben, was ja total spannend ist, weil man nicht schon wissen muss, was man sucht und kann sich dann so annähern, also man kriegt dann Interpretationen in Anführungsstrichen als Bilder zurück und das finde ich super interessant, dass man so eine sehr offene Suche hat und nicht jetzt darauf limitiert ist, nur genau die Schlagworte zu finden, die man vielleicht mal angelegt hat, sondern man kann sehr frei sein und kriegt trotzdem Dinge zurück, wo das Netz jetzt gelernt hat oder denkt, das ist da drauf und das funktioniert auch tatsächlich schon sehr gut und dieses Netz, was es jetzt schon vortrainiert gibt, wo wir arbeiten können, das hat natürlich, wie man vermutet, wenn das Internet als Grundlage gilt, natürlich so ein eher oberflächliches Wissen von der Welt, sage ich mal, also es kann dann schon erkennen, wenn ich ein Bild eingebe, wo ein Mann und eine Frau drauf sind, dann sagt das auch, dass da ein Mann und eine Frau drauf ist, aber beispielsweise, wenn ich Kunsthistoriker bin, dann sehe ich, dass dieses Bild beispielsweise zeigt Maria und Jesus oder so, nach der Kreuzigung oder was auch immer und dann möchte ich eigentlich dahin kommen, dass das Netz auch verstehen kann und interpretieren kann, da sind nicht nur Personen drauf und zwar Frau und Mann oder was, in den Armen halten, sondern dass das auch verstehen wird, okay, das ist eine ikonografische Darstellung von Maria und Jesus beispielsweise. Also brauchen wir jetzt so eine Art Feintuning auf Kunst, weil Kunst ist in solchen trainierten Systemen bisher nicht so sonderlich relevant beziehungsweise gibt es da jetzt kein, meiner Meinung nach, oder Wissens nach, kein Datenset, wo mit trainiert wird, sondern wir haben das mal untersucht, vor allem bei diesem Clustering am Anfang, dass solche für so Kategorisierungsnetze, wo man ein Bild reingibt und das soll einem sagen, ist das jetzt ein Hund oder eine Katze oder so, in solchen Zusammenhängen wurde jetzt nicht mit Kunst operiert, weil das halt so ein Thema ist, was jetzt quasi keine Relevanz hat für einen kommentierenden Bereich oder so, zumindest nicht zu der Zeit, als die hergestellt wurden, sodass dann, das ist mein Lieblingsbeispiel, wenn man so einen Montrian reingibt, also so eine Farbfeldmalerei, dann sagt das Netz, das wäre eine Fußmatte oder so oder ein Kreuzworträtsel, weil das quasi keine Kategorie dafür gibt, das ist jetzt der und der Künstler oder so. Also müssen wir jetzt versuchen, diese fertigen Netze so ein Stück weit auch mit Kunstbeschreibung fit zu machen, dass es ja Kunst auch interpretieren kann oder zumindest so eine auch vielleicht sprachlich da ein Gefühl kriegt, was ist denn Kunst oder Kunstbeschreibung und daran arbeiten wir noch und das ist gar nicht so einfach, weil es leider nicht diese vollumfänglichen riesigen Datensätze gibt, wo man beispielsweise ein Kunstwerk hat und dazu eine kuratorische Drei-Zeilen-Beschreibung oder so, die genau mir beschreiben, was da drauf ist in der Sprache, die KuratorInnen vielleicht zum Teil benutzen, was vielleicht auch ganz gut ist, wenn die nicht benutzt wird, weiß ich nicht, je nachdem, wie man damit umgehen kann und wir versuchen da jetzt gerade Wege zu finden, wie man das lösen könnte und da haben wir hier ein Projekt, das nennt sich Artigo aus München tatsächlich von der LMU der Universität, ein Projekt von Herrn Hubertus Kohle, wo man über so ein Crowdsourcing, also ein offenes Spiel, Verschlagwortung von Kunst durchführen konnte, also man hat auf der Website das Projekt mittlerweile eingestellt, aber die Schlagworte und so sind verfügbar, man hat ein Kunstwerk gekriegt, vorgegeben bekommen und konnte jetzt als Laie, also man musste jetzt auch nicht die Kurator sein oder so, konnte man da jetzt Schlagworte vergeben und einfach beschreiben, was da drauf ist und wenn man da Schlagworte gefunden hat, die viele gefunden haben, dann hat man Punkte bekommen und so weiter und so fort und da gibt es jetzt eine ganze Menge an Beschreibungen über Kunst, was ganz gut ist, weil wir das ja beibringen wollen und vor allem nicht nur, was da drauf ist, also Leuchtturm als Wort, sondern beispielsweise dann schon so Konzepte wie Liebe oder Einsamkeit oder sowas, also eine Interpretation von dem Menschen, der auf ein Kunstwerk blickt und nicht jetzt rein eine Maschine, die nur guckt, was sind da für Objekte drauf und das versuchen wir jetzt gerade hinzukriegen, dass man da, so einen gewissen interpretativen Spielraum bekommt, so Kontext auch für Kunstwerke. Genau, ich habe mal dieses Clip auf diesen dänischen Nationalgalerie-Datensatz angewendet und habe mal etwas ein bisschen, ja, keine Ahnung, elaborierten Satz geschrieben, Walking through a field in the morning, also schon irgendwie, wo ich selber jetzt auch nicht wusste, was ich mir darunter vorstellen sollte oder beziehungsweise schon eine Idee hatte, aber wüsste jetzt auch nicht genau, wie man das beschreibt oder findet und da gibt es dann so Interpretationen, wo man dann schon irgendwie so ein Feld, da laufen Leute durch, da kriegt so die Sonne auf, also es ist schon ganz, ganz passend und irgendwie spannend, was da so die Maschine sich vorstellt als Bild, wenn ich so einen Text eingebe und in dieser Sphäre bewegen wir uns jetzt und finde ich ganz spannend, darüber nachzudenken. Genau, dann, ja, sind wir jetzt hier, das ist so eine neue technische Seite, wollte ich nur nochmal zeigen, ich habe ja hier jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit, wo da die Reise hingeht, also es gibt jetzt auch ein neues Netz, das ist aber noch nicht richtig veröffentlicht, aber schon mal so angedeutet, da geht es auch um so multimodale Kontexte, zum Beispiel wurde da hier trainiert, man zeigt dem Netz, mal gucken, ob das jetzt nochmal läuft, ja, man zeigt dem Netz ein Bild, zum Beispiel, das ist ein Chinchilla und die sind in Chile zu finden oder so ein Shiba, der lebt in Japan, also man zeigt ein Bild und erklärt, was da drauf ist, aber nur ganz wenig, also nur diese zwei und dann gibt man ein Bild rein und sagt gar nichts mehr dazu und dann steht aber oben, dass das Netz jetzt verstanden hat, okay, es geht wohl darum, dass ich sagen soll, was da drauf ist und wo das Tier herkommt und dann konnte das Netz dann selbstständig sagen, das ist ein Flamingo und den gibt es dort und dort, ich kann es gerade nicht leben, weil hier die Leiste drüber ist, also diese oder hier rechts jetzt nochmal auch so eine Art Chat-Funktion, man gibt ein Bild rein und dann lässt man sich das beschreiben, also man kann jetzt quasi in so eine Art kontextuales Gespräch gehen und sagt zum Beispiel hier, ja, was soll da drauf sein und dann kriegt man eine Beschreibung, also quasi nicht nur irgendwie eine Zuordnung oder Sortierung, sondern jetzt wird darüber spekuliert, was da drauf ist und da war das dann nicht richtig und dann konnte man aber nochmal nachfragen und dann hat das Netz das quasi verbessert, sich selbst die Interpretation, weil erst dachte ich, das ist irgendwie aus Gemüse, aber dann sagt man, nee, das hat schon auch was mit Wolle zu tun oder so und dann hat es gesagt, ja, das ist wohl aus Wolle und so, das finde ich schon sehr interessant, wo da die Reise vielleicht hingeht. Gleichzeitig muss man auch berechtigterweise sagen, gibt es auch eine Veröffentlichung von so einer Evaluation von solchen Modellen, ich hätte nur mal hier einen Ausschnitt mitgebracht, wo es darum geht, okay, für uns Menschen, wenn man Worte nimmt, wie jetzt hier zum Beispiel Glühbirne und Pflanzen und irgendwie so ein Surrounding, also irgendwie das umgibt etwas und je nachdem, wie rum die Worte stehen, verändert sich der Sinn, also entweder sind da quasi Pflanzen um eine Glühbirne drin oder Pflanzen werden von einer Glühbirne umgeben und für das Netz ist das aber total schwierig, weil das sind die gleichen Worte und es guckt eher nur so, kommen diese Worte vor und die Wortstellung ist eigentlich gar nicht so relevant, aber es ist es ja total, weil es verändert den Sinn und dann fällt es dem Netz ganz schwer, jetzt die richtige Zuordnung zu leisten, welches Bild ist da jetzt quasi richtig für diese Unterschrift. und da sieht man auf der rechten Seite, dass das für den Menschen ziemlich eindeutig ist, kriegt man auch wie 90 Prozent Treffsicherheit, was auch noch, ja, 10 Prozent weiß ich nicht, was da los ist, aber egal und die Netze sind da eher so bei um die 30 Prozent und 25 Prozent wäre reiner Zufall, also sie sind da sogar manchmal sogar schlechter als der Zufall, also sie kriegen das dann doch noch nicht so gut hin, dass man quasi jetzt, ja, einfach in naher Zukunft jetzt schon alles auslagern kann, aber es ist trotzdem interessant, diese Verknüpfung, dass daran gearbeitet wird. Genau. Und wo sind wir jetzt gelandet? Jetzt habe ich noch, ja, gut 10 Minuten. Wir sind jetzt in dem Schritt, dass wir an unserem nächsten Prototypen arbeiten. Ich habe aus diesen Interviews, die ich vorgestellt habe, beziehungsweise die ich analysiert habe, rausgefunden, dass es darum gehen könnte, dass KuratorInnen so einen Arbeitsbereich sich aufbauen, wo sie gewisse Dinge so zusammenbringen, also so eine Sortierung quasi für sich selbst machen. Zum Beispiel ist ja auch logisch, denkt man vielleicht über einen spezifischen Raum nach und möchte da irgendwie schon mal anfangen, so ein kleines Häufchen zu machen mit Bildern, die man sucht oder man denkt an ein Unterthema, was man in der Ausstellung gerne zeigen möchte und da soll jetzt die Interaktion quasi geschehen. Also man hat, das sieht jetzt noch ganz schlimm aus, aber das wird irgendwann schöner aussehen. Das ist jetzt erstmal nur noch der Arbeitsstand. Ich zeige Ihnen mal ein Video, was hoffentlich gut läuft. Man kann etwas suchen. Ich suche jetzt derzeit auch auf Englisch, das ist auch noch ein Problem. Also die funktionieren natürlich super auf Englisch, weil Englisch ist so die Trainingssprache. Wie das dann auf Deutsch funktioniert, müssen wir auch schauen. Nichtsdestotrotz suche ich jetzt mal auf Englisch einfach ein Wort Forest, was ja jetzt noch nicht so sonderlich elaboriert ist, aber wir machen gleich noch ein anderes Beispiel. Und ich habe jetzt, wie schon in den ganzen Experimenten vorher gelernt, jetzt die Option, ich kann mir Sachen vorschlagen lassen, also das Netz versteht schon, was ich suche und konnte jetzt sagen, ah, das passt mir ganz gut oder nicht und ich suche gerade so eine Art Aquarellstil, sage ich mal, und habe diese Sachen mir so auf den Arbeitsbereich gezogen. Das wird nochmal besser und einfacher aussehen. Man kann so eine Gruppe dann machen und die dann auch umbenennen und so. Das kommt alles noch, ist jetzt noch nicht da, aber die Ideen sind schon da. Und dann suche ich jetzt nochmal Mountain with Sun. Also schon irgendwie auch so eine interpretative Sache. Es soll scheinbar so eine Art Schlucht oder denkt das Netz, wo dann die Sonne drin aufgeht, so auch ganz spannend. Und ich suche jetzt da auch wieder so mehr diesen aquarelligen, malerischen Stil und schmeiße jetzt in meiner Auswahl aktuell diese Skizzen-Sachen eher raus, weil das interessiert mich gerade nicht, weil ich möchte etwas anderes darstellen in der Ausstellung oder drüber nachdenken, wie auch immer. Und baue mir da jetzt auch so eine Gruppe auf aus verschiedenen Vorschlägen, die ich von dem Netz aus der Sammlung kriege. Also die sind wir auch wieder, diesmal ist, glaube ich, die MET-Sammlung in New York. Ist auch egal. Und mache mir da gleich auch noch so eine Gruppe. Und ja, am Ende soll schon so ein Arbeitsbereich entstehen, wo man vielleicht verschiedenste Dinge so bündeln kann. So eine Art, ja, Clustering, wo man selbst sich Dinge zusammenstellt. Und dieses Zusammenstellen, das sind jetzt Trainingsimpulse für das Netz. Also das soll in Echtzeit dann demnächst passieren. Das geht jetzt noch nicht ganz, aber bald. Und wenn ich jetzt nochmal diese Begriffe suche, einfach nur zur Verdeutlichung, dann sieht man jetzt, dass diese Annäherung von dem, was ich da auf meinen Arbeitsbereich gelegt habe, das hat das Netz jetzt verstanden und zeigt mir jetzt eher diesen Stil als das, was vorher die große Masse war, ist jetzt quasi schon mehr auf meine Interaktion quasi zugeschnitten. Das sieht man gleich bei diesem Forrest auch nochmal. Und da kann ich daran dann weiterarbeiten oder halt, ja, also quasi alles, was ich auf diesem Arbeitsbereich mache, wenn ich da was umbenenne, wenn ich da was zusammenschiebe, das sind so Impulse, wo das Netz jetzt daraus lernt und dann irgendwie denkt, okay, da muss ich irgendwie oder soll ich Vorschläge zu liefern? Und das soll so ein bisschen so ein Gespräch simulieren zwischen vielleicht KuratorInnen, KollegInnen, wo dann jemand fragt, ab einem gewissen Punkt, ja, ich habe hier das Thema, hast du da noch jemanden im Kopf, der da passt? Und so stelle ich mir das vor, also ich möchte irgendwas suchen und ich gebe irgendwas ein oder suche nach einem Bild und lasse mir dann passende Sachen dazu ausgeben. Und immer wenn quasi ich etwas mache und etwas neu kombiniere, dann sagt mir das System, ah, kennst du schon, beziehungsweise hast du das schon gesehen? Und so stelle ich mir so eine Art Interaktion vor. Hat jetzt natürlich noch ganz viele offene Fragezeichen, zum Beispiel, wie komme ich dann auch mal wieder raus aus dieser, ja, diesem eingeschränkten Blick, dass ich dann nicht nur noch Dinge im Aquarell-Stil kriege, das muss man natürlich beachten und da vielleicht auch so eine gewisse Diversität dann auch absichern oder mal, dass wieder was komplett Zufälliges kommt oder was ganz anderes oder dass man das auch resetten kann. Das sind jetzt so Fragen, da kann ich noch nicht genau sagen, wie wir das lösen, aber das ist jetzt auch der nächste Schritt und jetzt, wenn man das auch sehen kann, kann man auch besser drüber sprechen. Zum Beispiel dann mit den, mit der Sammlung in Kopenhagen, wo ich im Herbst hoffentlich mal hinfahren kann und dann kann man mit denen auch mal drüber sprechen und natürlich auch mit unseren Leuten im Museum selbst, wenn wir unsere Daten haben, dann kann ich natürlich auch mit unseren KuratorInnen über dieses System sprechen und dann kann man mal gucken, was funktioniert gut und wo wünscht man sich vielleicht noch andere Funktionalitäten, aber genau, es ist immer schöner, wenn man halt an einem Produkt dann sprechen kann, als sich alles immer nur so abstrakt vorzustellen. Genau, jetzt hätte ich die letzten fünf Minuten kurz für die Interdisziplinarität, was auch völlig ausreichend ist und dann bin ich gespannt auf die ganzen Fragen oder auf Diskussionen. Genau, vielleicht nur noch mal so zum Abschluss, wie man sich vielleicht so eine Zusammenarbeit vorstellt, ist ja für mich auch jetzt nicht so, dass ich das schon ganz oft gemacht habe, sondern es war oder ist ein total spannender Zugang und Ablauf, also vor allem hinsichtlich zum Beispiel mit so einer technischen Universität zusammenzuarbeiten und aber eigentlich aus dem Kulturbereich zu kommen und da sind so meine Learnings, dass man ja am Beginn vielleicht, dass er als Solo-Leistung in Anführungsstrichen beginnt, also ich denke mir was aus als Kulturinstitution und habe aber noch eigentlich gar keine Ahnung, wie das dann in der Umsetzung aussehen wird und dann brauche ich eigentlich Leute am Tisch, die dann die entsprechende Expertise mitbringen und dann wird es ja total interessant, weil jetzt verändert sich auf einmal vielleicht das gesamte Projekt, also wie zum Beispiel ich hatte ja am Anfang gedacht, okay, wir geben einfach diese Maschine, die Bilder und dann kriegen wir da so eine Sortierung und das ist dann quasi das Ergebnis. Wusste aber nicht, dass man das eigentlich relativ schnell löst oder lösen kann und auch das nur der Ausgangsschritt ist oder der Ausgangspunkt und jetzt kommen wir in ganz neue Gebiete und total viele neue Themen tun sich auf, also man muss, jetzt rein pragmatisch gesprochen, da quasi sehr offen sein für so ein Nachsteuern und auch vielleicht diesen fachfremden Input, also den man von anderer Stelle interdisziplinär holt, das muss man dann auch beachten und auch quasi aushalten können, dass sich das ständig verändert, also dass man nicht genau sagen kann, ja, das ist mein Roadmap schon, aber ich kenne jeden Schritt schon von vornherein und ich arbeite das nur ab und mache meine Checkliste, sondern dass sich da viel in Bewegung befindet und dass man da einfach nachsteuert, während man es tut, also das finde ich spannend, aber muss man vielleicht auch vorher wissen, ob das einem liegt, sage ich mal. Natürlich ist es herausfordernd, da eine gewisse Sprache zu finden, also dass man auch technisch sich da jetzt unterhalten kann mit Ingenieuren, die natürlich in diesem Fachgebiet totale Experten sind und da manchmal vielleicht, ja, kulturelle, in Anführungsstrichen, vielleicht arbeitskulturelle Unterschiede herrschen. Das ist natürlich wichtig, dass man das mit einplant und dass man sich da langsam annähert und austauscht, bedeutet aber auch, dass man zum Beispiel in der Kulturinstitution ja auch ein Engagement dahingehend zeigen muss, dass man sich da weiterbildet, weil sonst kann man einfach nicht die richtigen Fragen stellen und das musste ich auch, um halt diese Prinzipien zu verstehen. Ich kann das jetzt nicht komplett eigenständig coden oder programmieren, aber ich weiß jetzt zumindest die Prinzipien und kann halt fragen so und so oder lese diese Paper und verstehe dann zumindest einen Ansatz, um was es geht und kann halt wiederum das mit einbringen und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da geschult und offen ist und auf der anderen Seite muss man natürlich auch jemanden finden, beispielsweise ingenieurseitig, die da auch Lust drauf haben. Also das ist ja natürlich klar, weil da geht es dann halt um so interpretative Sachen und das ist vielleicht nicht deren Arbeitsweise, weil es da ja normalerweise um strenge Mathematik geht oder so. Genau. Und das ist natürlich wichtig, dass man da so eine permanente Bereitschaft auch hat, sich anzunähern und auszutauschen und genau, so als Quintessenz, weniger ist da vielleicht manchmal mehr, also dass man nicht so plangetrieben ist, sondern dass man vielleicht manchmal nicht weiß, was die Woche bringt, weil vielleicht darauf oder im Verlauf der Woche neue Meetings sind, wo dann die Richtung sich dann doch wieder verändert, weil es wurde irgendeine neue Technologie veröffentlicht oder es fehlt irgendwas oder wie auch immer, dass man da kurze Phasen hat, in denen man sich austauscht, dass man vielleicht auch nicht mit riesigen Teams arbeitet, aber wenn man eins hat, dass man das dann vielleicht zerlegt in kleinere Teams, damit man auch nah beieinander sein kann und auch sich schnell austauschen kann und nicht jetzt ganz viele Stufen dazwischen hat, wo man dann sehr viel Zeit verliert vielleicht und dass man auch eine gewisse Vision vor Augen haben muss, so das Big Picture, wie ich geschrieben hatte, weil man ja dann oft dann doch auch auf gewisse Logiken stößt, sei es halt bürokratischerweise oder wie auch immer, vergaberechtlich oder so, wo man dann schon sehr kreativ schauen muss, wie kriegt man da sein eigentliches Ziel gelöst, weil das manchmal clasht, also dieses sehr flexibel sein und dann aber trotzdem alle Regeln, sage ich mal, beachten, das könnte halt sein, dass das dazu Reibung führt und wenn man so ein Team dann organisieren will, da kann man verschiedene auch Projektmanagement-Tools benutzen, ich nenne jetzt einfach nur mal so ein Wasserfallmodell oder Spiralmodell, das ist nochmal ein anderes Thema, aber da sieht man, dass man so gewisse Zyklen immer wieder durchlebt und man weiß dann, wie so eine Phase aufgebaut ist und kann einfach schauen, wie das dann wächst und man hat so eine gewisse Sicherheit, okay, obwohl eigentlich viel in Bewegung ist, weiß ich, wir sind gerade in der und der Phase und haben dann das und das Ziel und dann kann man das auch handeln und abhaken, genau, also nochmal von meiner Seite, wir sind halt auch gestartet mit dieser Idee, ich gebe das der Maschine und das war's und das Ziel war, ich will vielfältigere Ausstellungen und nicht nur die Highlights, also neue Zugänge zur Sammlung und daraus wurde dann sehr, sehr viel mehr, nämlich, okay, diese Logik oder dieses Modell, das ist relativ basal und eigentlich kann man viel mehr machen und jetzt sind wir da so zwischen, was ist Kuratien, also diese großen Fragen kamen dann auf einmal mit in das Projekt, wo ich am Anfang gar nicht drüber nachgedacht habe, dass wir sowas jetzt besprechen oder nochmal da so intensiv drüber nachdenken müssen und das finde ich spannend, auch wo das vielleicht dann hingeht in Folgeprojekten etc. Genau, das müsste es soweit gewesen sein. Ja, wenn ich meine iße, das nicht so mit Hopehone kommt, in Hal